Geocaching ist ein weltweiter Zusammenschluss aus Wanderbegeisterten, Sportbegeisterten und, wie sollte man sagen, ein bisschen kindlichen Menschen, die Spaß daran haben, versteckte Schätze zu finden und wieder zu verstecken. Und das funktioniert über neue Technik, eben über GPS, wo kleine und größere Gegenstände versteckt werden, im Internet die Koordinaten angegeben werden und dann die von anderen Menschen wieder gesucht werden können. Also ihr habt da jetzt einen Cache gefunden, einen sogenannten Spirit Cache. Es funktioniert ähnlich wie Geocaching, nur versuchen wir, dass wir Spirit Caches an spirituellen Orten verstecken oder Orten, die für Jugendliche eine wichtige Bedeutung haben. Und wir möchten die Inhalte mit spirituellen oder inhaltlichen Themen füllen. Das heißt, dass auch beim Finden eines solchen Schatzes nicht ein kleiner Gegenstand drin ist, wie beim Geocaching oder nur ein Logbuch, sondern dass auch Themen und spirituelle Inhalte irgendwie Platz finden. Er besorgt sich ein GPS-Gerät oder ein GPS-fähiges Handy, geht auf die KJ-Karte auf der KJ-Homepage unter Spirit Caching und sucht dort den nächsten Cache in seiner Nähe, schreibt sich die Koordinaten auf einen Zettel und gibt sie in seinem Handy ein. Und das Handy oder das GPS-Gerät führt dich dann genau zu dem Ort, an dem der Cache versteckt ist. Dann kann man sich ganz leicht bei mir melden, im Forum Fahre Gemeinde, Jakob Folsner. Ich bin bereit, dass ich mit dir eine Caching-Tour veranstalte, dass wir gemeinsam cachen gehen oder dass wir einfach nur Caches verstecken gemeinsam und dass ihr das dann selbst macht. Ich kann mich aber auch nur treffen mit dir und dir das Gerät erklären und das Prinzip erklären und du gehst dann selbst zu cachen mit deinen Jugendlichen. Auf der Burghald Bernstein machen wir am 9.3. eine sogenannte Caching-Tour für alle, die es interessiert, die einfach einmal mit einer Gruppe erleben wollen, wie Cachen funktioniert. Wir werden dort Spirit Cachen, einen sogenannten Multi-Cache, das heißt mehrere Caches hintereinander, die zusammengehören und wir einen Themenkomplex bilden. Wir werden dort auch Geo-Cachen und wir werden auch lernen, wie man einen Cache setzen kann und das Ganze in einer gemütlichen Atmosphäre mit vorher Kaffee trinken und nachher eine Jause auf der Burg. Genau, das ist für alle, die einfach gerne draußen sind, die gerne wandern gehen, die gerne Schatz suchen und auch für die, die Interesse haben, das selber einmal in einer Pfarr mit einer Jugendgruppe zu machen und da ein bisschen das Praktische proben möchten. Es ist eine ganz neue, andere Form von Spiritualität. Es ist draußen in der Natur und wir sind auf der Suche. Das ist allein schon eine spirituelle Qualität und wir erarbeiten uns die Inhalte. Wir kriegen nichts präsentiert, sondern wir müssen uns das selbst suchen und gleichzeitig müssen wir, wenn wir einen Cache finden und dort neue Inhalte eingeben wollen, müssen wir uns ganz intensiv damit beschäftigen, was ist für uns ein spiritueller Inhalt, was hat da drin Platz, was ist so wertvoll, dass es einen Schatz wieder verstecken kann und das hat eine große Qualität und ein großes Potenzial in der Jugendarbeit, Jugendliche mündig zu machen, selbst spirituelle Texte auszuwählen oder sogar zu verfassen für solche Schätze.